Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chivalry Deadly Smeuer mit mir, eurem Master. Und wir werden ja mal ein bisschen Ninjaren. Genau, wir spielen Ninjas mit Sternchen. Ah. All the better. So. Ninja. Ja, wie ihr seht, es geht um... Versus... Spartan. Danke. Darf ich jetzt anfangen? Darum die Flagge halten geht es darum, genau. Flagge sollte halten. Oh, die mit den wenigsten Punkten haben. Also, die mit den wenigsten Leuten hatten auch schon die meisten Punkte. Oh, oh, oh. Oh, kaum Schaden, gar kein Schadenkumpf, okay. Dann gehen wir mal weiter. Aber im Moment hat der Gegner, man sammelt Punkte. Und das müssen wir natürlich mal verändern. Wir müssen... Toll, hier ist es zugemacht worden. Hahaha. Da. Okay. Da müssen wir hin. Ja. Ah, klar. Ich sterbe. Ich sterbe, natürlich. WTF, na egal. Shh. Lose auf. Hahaha. Naja. Shh. So, hier geht es mal wieder. Ach, ich hasse die Mapes verstellt. Das ist nervig. Hey. Was immer das auch war. Ich weiß es nicht. Jedenfalls können wir hier weitermachen und uns rumnijern. Hahaha. Hahaha. Shh. Hahahaha. Hahaha. Das ist ja nicht so, ich würde es auf euch kommen. Hahahaha. Shhh. Oder sondern. Hahahaha. So, we're there though. Fahrer. So, we're Näin. So, we're Not. Hahaha. Hahaha. Okay. So, we're out there are our targets. Ich hab keine Ahnung. Ah! Ja klar! Wir können nicht nur hier sein. Wir können nicht nur hier sein. Ich kann ja nicht nur hier sein. Das will ich einfach nicht beantworten. Verschwere ich Rassisten, die jetzt Leute wiederIch- NACHI! Aber ich kann nachtär! Oh ja genau! Und ich sterbe auch, durch meinen eigenen. Oh Mensch. Okay, so geht das eben. Haha. Okay. Ähm, ich hab zwei Kürze, wenn man gemacht hat. 250 Punkte. Juhu! Mit drei Leichen. Also ich bin schon besser von denen. Oh, wir haben ein paar Punkte bekommen bisher. Das müssen wir weiter so machen. Ja, und das haben wir auch locker. Ich bin der Beste hier. Oder, ach so, es ging nur bis 300. Dann bin ich jetzt hier. Warte, das haben wir erst im Standing, das habe ich gedacht. Ja, 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 hier. So weit, ganz ruhig. Hahaha. Jetzt, das war lustig, ja. Aber du kannst nicht sehen, wie ich bin. Hahaha. Hahaha. Ich wollte ihn doch rein drehen, aber hat nicht geklappt. Naja. Der war zu schnell. Hahaha. Äh. Wenn er die anderen geschubst hat quasi mit seinen Fäusten. Na gut. Das war Spiel Nummer eins. Dann, was nehmen wir diesmal? Wo, 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 wo. Pinke Ritter. Klingt doch gut. Ja. Wir nehmen mal die Warte. Warte, da kann ich aber kein Schild dran. Ja, dann machen wir es so. Hahaha. 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 Ja, er wird da... Geil entsprechen. Die sind toll. Oh, da sind welche. Ah, das war daneben. Okay. Okay, da war niemand. Sehr schön. Wir machen erstmal hier. Hm. Ich weiß nicht. Die sind zu zweit. Die sollen es eigentlich hinbekommen. Soll man meinen. Oh, das war doof. Hier ist irgendwo ein Pirat. Ah, ja, genau. Ah, Mistcat. Der hat den anderen also getötet oder so. Ah, ja, ja. Weil die diese scheiß Piraten töten aber. Naja. Jetzt ist unser Team wohl so gut wie gefallen. Ja. Die Wikinger am Ende. Piraten sind auf jeden Fall tot. Samurai haben wir noch einen. einen Ninja. Und noch zwei Wikinger. Achso, der Ninja macht hier schon mal gar nichts. Auch hart gemacht. Also ist er wohl doch nicht nur Afrika. Und hat Glück gehabt. Haha. Da ist er jetzt. Juhu. Die können sich gegenseitig sehen. Sehr effektiv, um sich nicht da an sowas stecken. Mh. Naja. So. Da ist er. Der Ninja. Er wehrt sich hier. Haha. Die Waffe ist zwar geil bei denen. So. Und? Ah, er muss jetzt gegen beide wehren. Oh ja. Niara. Kann nicht zu viel. Kann sich einfach mal töten lassen. Haha. Dein Ninja kann dabei ziemlich viel. Wie man sieht. Hahaha. Ja. Hat einfach mal schlecht abgewehrt. Tot. Boah. Im Reimhaus haben wir schon tot. Ja. Fuck ja. So. Hm. Was machen wir jetzt hier? Hier können wir uns voll verstecken eigentlich. Aber hm. Sind wir noch zu dritt? Hm. Hilf mich! Hilf mich! Hilf mich! Nein! Hilfe! Nein! Hilfe! 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 Oh oh oh. Was ist hier? Äh. Ich hatte geschossen, aber naja. Ah Mist Kerl. Können wir von der Entfernung einfach nicht treffen. Können wir von der Entfernung einfach nicht treffen. Ah Mist. Die Piraten. HERN. Gut. Mhm. Die haben schon mal aufgegeben. Okay. Gut. Dann gehen wir einfach weiter. Bzw. Er geht den link! Dann geh ich mal diesen Weg und schau da mal. Was die Piraten denn machen? Stirbt ihr Hunde von Piraten! Okay, die schießen da ganz gewaltig. Unser einer Ritter ist da und kämpft mutig und stirbt auch. Aber ja, damals hast du noch eine Überzahlwatte. Fuck you! So, der eine ist tot. Woops, genau. So, der Willis! Du! So, der Willis! So, der Willis! So, der Willis! Okay. Okay. Oh Mist, Kerle. So, der Willis! 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 Okay, der hat nicht gekillt, dieser Cypher, Frank 28, also das bedeutet wohl auch, dass er gut ist, aber wir haben uns, glaube ich, ziemlich schnappen lassen. Na ja, schade rum, aber... So, jetzt ist das eben... Jetzt mal bei uns vielleicht den Würmer reitschaffen, ne? Es ist halt nicht einfacher, wenn man tot ist, zu sprechen. Oh, der hat seinen eigenen getötet, der ist Cypher. So. So, so, so. Ah, da wurde er getreten, aber ordentlich hier. Pirat hat es trotzdem nicht geschafft, weil er zu einem gesprungen hat. Okay. So, wer bleibt noch übrig? Funky Boobs? Ja, Funky. Voll Funky Boobs. Und Spartaner, oder? Vielleicht kämen die schon gegeneinander, ja, Tatsache. Oh. Keine Delle, hä? Oh, das war ja krank. Haben sie gegenseitig getötet? Hahaha. Das muss auch mal sein, oder? Okay, jetzt kommt Cypher gegen... Wer ist der da? Atta! 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 Oder Asa? Mal sehen. So. Geht ja noch ein bisschen der Kampf hier. So, ah, wir als Ritter haben aber auch schon einen Punkt. Los, Samurai, du schaffst das. Du bist der King. Hahaha. Ja, da war da. Zu spät. Okay. Lass nicht diesen Ninja-Töpel gewinnen. Der hat nur Stufe 6, oder Rank 6. Der kann nix. Der ist ein Noob. Töte ihn. Der ist schon schwer verletzt. Du hast doch alles. Jaaaa! Gut gemacht, Cypher. Samurai-Viktoria. Ja, ja, ja. Stick together, ich weiß. Bla, bla, bla. Du hast... Toll, jetzt bist du nicht mehr da. Hm. Nein. Ja, das ist keine gute Entscheidung, da reinzurennen. Aber das sind nur... Spartaner, hä? Du kannst dich nicht mehr da machen. Ich kann dich nicht mehr so verletzen, dann hast du noch mal zu. Du kannst dich nicht mehr da den Absolut... hab nicht richtig getimed, ja, also klar, okay, unser großer Macker hat einfach mal die Seiten gewechselt, Shamba, oder ist auch gehauen, erst so gut sprechen und dann, naja, ja, genau. Egal, wer soll jetzt hiervon kriegen, eigentlich die Piraten, aber ich glaub, die sind schon längst tot, ich bleib' mein pinke Ritter, ha, 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 ninja hast mir getrollt, ja, das kennen die gut hier, die Leute, okay, ja, das stirbt ja auch, Spadana, das war gegen euch verloren am Bandit von mir, da kommen sie, die Sammerei, werdet wohl den Punkt gewinnen, ja, ha, 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 ist das schon Cypher, oder was, ne, der würde besser agieren, seinfalls der hier, ha, 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 So, lass uns irgendwo hingehen, wo man... Wo können wir hingehen? Hä? Müsst ihr euch ja da? Ja, das war nicht der beste Sprung der Welt. Aber wir rennen hier lang und sehen niemanden. Okay. Oh. Ah, ah, ah. Da, oh, oh, oh. So, einer ist tot auf jeden Fall. Haha. Oh, Mistkerl. Nein, von hinten! Oh, Mistkerl. Na ja. So geht das eben manchmal. Ich hab aber einen auf jeden Fall getötet von diesen verdammten... Dingern da. Nachher hat das... Aber nicht mehr. Gut. Die... Oh, sind ja schon wieder ausgerottet worden, diese verdammten... Ah, Samurai darf nicht gewinnen. Und die sind ausgeschalten. Sehr schön. Dann ist mir egal, wer den nächsten Proc kriegt. Die Wikinger von mir aus, weil die auch irgendwie cool sind. Wo mir die Zweihand-Waffengestaltung viel besser gefällt. Mit zwei Echsen. Ja. Oh. Da wurde er richtig magisch. Gestachen, erstochen. Ah, ah, ah. Oh, von hinten. Ah. Das war natürlich gerade beim Wurf voll gemein. Okay. Und, und, und. Haha. Okay. Mit dir da. Wow. Der trifft nicht. Einmal. Geil. Hahaha. Hahaha. Okay. Das war's dann wohl für die... Ähm. Für die... Wikinger. Hahaha. Der macht mit seinen unglaublich vielen Minestern rum und sammelt wieder auf. Und dann hat er ihn wieder geschmissen. Ohohoho. Ohohoho. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hahaha. Hahaha. Ach egal. Hahaha. Ja, mein Herr. Hahaha. Hahaha. Ich führ auf dafür, dass wir uns hier erstmal verstecken. Ah, da sind welche gewesen. Hahaha. So. Wir rennen wieder unser Verderben wahrscheinlich. Hahaha. 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 Haha. Haha. Hahaha. Lauf, er wird dich niederspringen. Ah, Mistcut. Das habe ich aber zu spät geblockt. Na egal, soll er von mir aus gewinnen? Ach so, warte, geht ja nicht, weil da drei von den Spartanern sind. Ah, okay, wir nehmen mal wieder eine andere Waffe. D plus Schild. Oh, welches war das coolere Schild? Das hier. Probieren wir jetzt mal wieder als Tank. Hat deutlich besser von mir damals. Er hat sich alle gekillt, dieser 18er. Zehner sogar nur. Hat das doch überrascht. Aber naja.